Hallo liebe Freunde des Großmeisterschafts, willkommen zurück auf Chess24. Wir können uns wirklich nicht doll beschweren im Moment über Untätigkeit der Weltklassespieler. Ein Turnier jagt so ein bisschen das nächste. Kaum sind Katar Masters vorbei und die russische Einzelmeisterschaft, haben wir das nächste super Turnier in London, diesmal London Chess. Es spielt alles mit, was Rang und Namen hat, außer einem gewissen Magnus Carlsen. Alles vielleicht übertrieben, weil es spielen nur sechs Leute mit, aber was für welche. Okay, Kramnik, Anand, Nakamura, Giri, Caruana und Michael Adams. Kein so schlechtes Feld. Und in diesem Video soll es um die Erstrundenpartie zwischen zwei Ex-Weltmeistern gehen. Wladimir Kramnik mit den weißen Steinen gegen Vichy Anand mit den schwarzen Steinen. Vichy Anand, das sollten wir auch nicht vergessen, hat gerade ein Match gespielt gegen einen gewissen Herrn Carlsen. Seinen WM-Titel nicht zurückerobert, aber trotzdem einen vernünftigen Eindruck gemacht, wenn Sie mich fragen. Heute schwarz gegen Kramnik. Die beiden kennen sich natürlich gut. Es war angeblich Kramnik, der Anand überredet hat, überhaupt erst am Kandidatenturnier teilzunehmen. Haben eine sehr, sehr lange Vergangenheit. Viele Duelle gegeneinander. Anand gewann 2008 seinen WM-Titel von Wladimir Kramnik. Und auch 2008 stand die Variante, die heute aufs Brett kommt, schon zur Debatte. Eröffnungsfeinheiten ignorieren wir diesmal so ein bisschen. Kramnik kann sowohl C4, D4 als auch Sprenger F3 spielen. Spielt heute C4. Anand möchte nicht das Zentrum besetzen, sondern eher in seine gewohnten Gewässer gehen. Und da ist E6 ein sehr häufiger Zug für Damga-Mitspieler, möglichst schnell ein Bauer nach D5 zu kriegen, auch gegen erstens C4. Sprenger C3 bewahrt sich ein bisschen Flexibilität. Dabei gibt es manchmal Spielereien, wenn Schwarz mit Sprenger F6 anfängt, dann als weiße E4 spielen zu wollen, vielleicht sogar. Aber all diese Feinheiten kennen Kramnik, Anand natürlich beide aus dem FF. Und Anand möchte sein gewohntes Halbslawisch ansteuern heute. Spielt dafür den Zug D5. Hier ist D4, der normale weiße Zug, und C6. Der sogenannte, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Triangle Variation, Triangle Notebohmsystem, wird es glaube ich auch manchmal genannt. Schwarz legt sich früh fest, stellt sich aber auch nach E6 und C6. Das ist eine typische Zugfolge, um hier eben sein Halbslawisch zu kriegen. Wenn man mit Sprenger F6 beginnt, kann man zwar darauf hoffen, nach Sprenger F3, C6 in der gleichen Stellung zu landen, in derselben Stellung sogar. Aber nach Sprenger F6 gibt es natürlich die Zusatzmöglichkeit C schlägt D, E schlägt D, Läufer G5, was eher zum Abtauschstammengambit führt und vielleicht nicht zu dem Territorium, wo ein Anand an sich so heimisch fühlt. Daher der Zug C6. Da habe ich auch sehr viel gespielt, diese Zugfolge. Wenn man so spielt, der einzige Zug, vor dem man hier Angst hat, wirklich, ist der Zug E4. Das sogenannte, ich glaube, Marshall Gambit heißt es auch tatsächlich in dieser Stellung. Ein sehr gefährliches Bauernopfer. Zudem, Kramnik aber heute nicht greift. Das Gute ist immer so ein bisschen, wenn diese Zugfolge als Überraschung kommt, ist der Weiße in aller Regel nicht bereit, sich auf diese Variante einzulassen. Hier Läufer E2 zu spielen, mit sehr scharfem Spiel. Aus meiner Sicht der deutlich kritischste Test der schwarzen Zugreinfolge. In der Partie kommt nach C6 das normale, in Anführungszeichen, Sprenger F3 und Anand spielt Sprenger F6. D schlägt C4, die Note-Bogen-Variante. An dieser Stelle ebenfalls möglich, hat aber keinen so guten Ruf zuletzt. Sprenger F6. Und hier wird es interessant, diese Stellung hatten beide, unter anderem in ihrem 2008-Match, häufiger auf dem Brett. Halbslawisch seit Jahren eine der, wenn nicht die Hauptwaffe von Vichy Anand in seinem Schwarzrepertor. Akramnik hat zuletzt eigentlich immer E3 den Vorzug gegeben gegen Anand. Und im jüngst bändeten Turnier in Katar hat er gegen Anishkiri gewonnen, aus dieser Stellung mit dem Zug G3, der so ein bisschen im Kommen ist. Aber heute greift er zu dem klassischen, möchte man fast sagen, Zugläufer G5. Der normalste Zug in dieser Stellung fesselt den Springer, entwickelt den Läufer, verlangt dem Weißen aber sehr, sehr viel Theoriekenntnis und Vorbereitung ab. Anand hat hier in der Vergangenheit meistens H6 gespielt, aber auch der Zug, den er heute spielt, D schlägt C4, die Botwinnic-Variante. Ist nicht nur eine wahnsinnig scharfe Hauptvorsetzung, sondern auch für Insider keine Überraschung, denn die Botwinnic-Variante hat theoretisch ein ganz gutes Standing im Moment. Führt allerdings für Leute, die mit dieser Variante noch nicht so vertraut sind, zu einem der kompliziertesten Dschungel an Varianten überhaupt. Und die Stellung wird sehr schnell verrückt werden. Beide folgen hier der Aufvariante. Schwarz hat sich einen Bauern geschnappt, Weiß besetzt das Zentrum mit E4, droht E5 und Läufer schlägt C4. Schwarz bewahrt seinen soeben eroberten Bauern mit dem Zug B5, ignoriert aber die weiße Drohung E5. Das kommt natürlich. Und jetzt, um Figurenverlust zu vermeiden, auf F6 muss Schwarz zu H6 greifen, verjagt den Läufer, Läufer H4 und G5, durchbricht diese Fesselung. All das hier ist Mainstream-Theorie, der Zug Springer schlägt G5, ist die absolute Hauptvariante. Läufer nach G3 und auch E schlägt F6. Werden vereinzelt probiert, gelten aber nicht als kritisch. Sprenger schlägt G5, H schlägt G5, Läufer schlägt G5, ist normal. Weiß hat eine Figur ins Geschäft gesteckt, wird diese aber auf F6 sehr bald zurückkriegen. Lustigerweise ist Schwarz, der am Anfang gierig war, häufig derjenige, der in dieser Variante einen Bauern weniger hat am Ende, nachdem der Weiße sich auf F6 bedient. Sprenger BD7, auch hier der Hauptzug. Und elftens G3, da scheiden sich schon die Geister, ob elftens G3 oder elftens E schlägt F6, der genauere Zug ist. Für die Theoriefreunde unter uns erkläre ich ganz kurz den Unterschied. Auf G3 hat Schwarz die Zusatzoption Turm nach G8. Weiß hat sich noch nicht entschieden, hier diese Fesselung aufzulösen, beziehungsweise die Figur zurückzugewinnen. Er könnte das machen mit Läufer schlägt F6, muss aber seinen schönen Läufer geben, was man nicht wirklich möchte. Auch Läufer H4 steht in einem nicht besonders guten Ruf hier, kann sich auch jederzeit ändern. Auf Turm G8, der normale Zug ist H4. Und jetzt Turm schlägt G5, H schlägt G5 und Sprenger nach D5. Wieder mit einer Chaosstellung, wo Schwarz zwei Figuren hat für den Turm, aber einiges aushalten muss. Und der Stand der Theorie ändert sich da häufig. Ich glaube, in letzter Zeit gilt es als nicht empfehlenswert für Schwarz. Weiß kann auch mit E schlägt F6 beginnen, der naheliegendere Zug. Damit erlaubt er auch wieder ein paar Zusatzmöglichkeiten für den Schwarzen. Nachläufer B7 greift Weiß in aller Regel jetzt doch zu G3, um Läufer G2 spielen zu können. Und hier C5, D5, Springer schlägt F6, ist eine von vielen durchaus spielbaren Varianten, die der Weiße hier auf dem Zettel haben müsste, die er mit seiner Zugfolge aber verhindert. Nämlich mit dem Zug G3 zuerst, weil er jetzt auf Läufer B7 Läufer G2 spielt. Immer noch nicht sich die Figur schnappt und daher C5 erstmal verhindert. All dies trotzdem die absolute Hauptvariante, die da aus beiden Zugfolgen auch entstehen kann. Der Zug, Dame B6 an dieser Stelle nämlich, entfesselt sich endlich, zwingt Weiß daher zu nehmen und bereitet die lange Rochade vor. Und nach E schlägt F6, lange Rochade, kurze Rochade und C5. Haben wir nicht nur die Hauptvariante, sondern die Konturen sind auch so ein bisschen klar. Der Weiße König ist am Königsflügel, der Schwarze am Damenflügel. Trotzdem möchte Schwarz eher am Damenflügel spielen, wo er diese Bauernmasse hat. Hier nach D5 sehen wir, Schwarz hat vier Bauern gegen die Weißen zwei Bauern. Während der Weiße am Königsflügel einiges an Material mehr hat. Und beide Seiten haben leicht geschwächte Könige und sehr aktive Figuren. Das heißt, es steht uns ein Hauen und Stechen bevor. Soweit jedenfalls die romantische Version, die zynische Computerzeitalter Version ist. All dies hier ist völlig ausanalysiert, im Fernschach auseinandergenommen worden mit sehr, sehr kräftigen Maschinen. Und eine so forcierte Variante zu wählen in unserer heutigen Zeit, heißt eigentlich, dass beide Seiten nicht auf einen offenen Kampf eingestellt waren. Sprich, auf dem Brett sieht es aus wie ein wahnsinnig offener Kampf. Aber beide Seiten kennen das hier so gut, dass, da sie so hoch gerüstet sind, in solchen theoretischen Varianten kein wirklich offener Kampf entstehen kann. Also es gibt beide Schreibweisen. Wir bleiben erstmal hier in der Mainstream-Theorie mit dem Zug B4, wonach Weiß zu dem heutzutage einzig kritischen Zug Sprenger A4 greift. Für Freunde von verrückten Varianten, denen sei auch der Zug Turm B1 hier ans Herz gelegt. Lässt diesen Sprenger einstehen, den zu schlagen wäre aber keine gute Idee, weil sich alle Tore gegen Schwarzer König öffnen. Aber lustig, wie die moderne Theorie nun mal ist, gilt Turm B1 eigentlich eher als Remis-Variante heutzutage. Klingt verrückt, ist aber tatsächlich so. Dame A6, ich stelle das mal so hin, als würde es irgendeinen Sinn machen. Turm D schlägt E6, Läufer schlägt G2, E7, Läufer schlägt F1, Dame schlägt F1. Ne, hier ist schon falsch, König schlägt F1 und Schwarz hält sich nach letztem Stand der Theorie. Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob hier Läufer schlägt E7. Ich glaube, das ist die korrekte Variante. F schlägt E7, Turm D, G8. Fragen Sie mich nicht warum, aber das geht Remis aus. Am Ende von sehr, sehr langen Varianten noch, die aber sowohl Kramneck als auch Arnand sehr, sehr gut im Kopf haben werden. Daher der auch natürlichere Zug, Springer nach A4. Entzieht den angegriffenen Springer mit Tempo, Dame B5 ist der Hauptzug und A3, auch sehr logisch, versucht den Damenflügel zu öffnen mit A schlägt B. Sowohl seinem Turm diese Linie frei zu kämpfen, als auch diese Diagonale ist häufig wichtig, um mit Dame D4 oder Läufer E3 auch den Bauern A7 in Augenschein nehmen zu können. So weit alles wohl bekannt, auch der nächste Zug wohl bekannt, aber bis vor kurzem nicht unbedingt die Hauptvariante. Die Hauptvariante war an dieser Stelle, gespielt sehr viel von meinem Freund Jan Smets, auch von Alexei Schirov, der Zug E schlägt D5, wonach weiß, viele, viele gefährliche Versuche hat. A schlägt B, C schlägt B. Meine Lieblingszüge in dieser Stellung, Läufer nach F4 oder der Zug H4, aber es gibt auch viele andere Züge. Läufer E3, Dame G4. Ist eine Wissenschaft für sich, diese Stellung. Aber das Comeback der Bodvindig-Variante, wenigstens in den Köpfen von Theoretikern, ist eigentlich dadurch entstanden, dass nach A3 diese Pfeile erstmal verschwinden, aber im Fernschach gezeigt wurde, dass der Zug Springer nach B8, eine überraschend sichere, klingt bizarr, in Anbetracht der Stellung auf dem Brett, aber eine überraschend stabile Wahl ist, die auch vor den Augen des Computers gefallen findet. A schlägt B, C schlägt B, ist soweit klar. Und hier haben wir die nächste Weggabelung. Kramnik wählt den, auch laut Computer, kritischsten Zug. Der schönste Zug an dieser Stelle, oder die schönste Idee ist der Zug, Dame nach D4. Dann zeigt sich eine Idee von Sprenger B8, nämlich diese Fesselung natürlich auszunutzen und Sprenger nach C6 zu spielen. Aber nach Sprenger C6 gibt es die Idee, D schlägt C6. Sehr ästhetisch wieder, Turm schlägt D4, C schlägt B7 Schach. Weiß opfert die Dame, erhält einiges an Spiel, hat zwar nur zwei Figuren, aber einen sehr gefährlichen Bauern auf B7. Nur wir sind im zynischen Computerzeitalter und heutzutage Nachläufer E3, E5 hat die Forschung gezeigt, das weiß ich hier gerade so behaupten kann, aber auf keinen Fall mehr. Daher wird diese Variante auch nicht gespielt. Stattdessen wird der Zug, Dame nach G4 gespielt, geht aus dieser Fesselung raus auf der D-Linie, droht natürlich Teuflisch, D schlägt E6. Da hat Schwarz keine große Wahl, als Läufer schlägt D5, was er wahrscheinlich eben machen wollte. Und jetzt Turm F nach C1, setzt diesen Turm sofort ein, um den schwarzen König ins Fadenkreuz zu nehmen. Sprenger nach C6 und in dieser Stellung, man kann halt wirklich beide Ansätze vertreten. Man kann jeden Zug lange erklären oder man kann sagen, alle schon 50 Mal da gewesen im Fernschach, ist halt Remi, wenn man die besten Computerzüge macht. Ich gehe so ein bisschen in den Mittelweg und erkläre ab und zu mal was. Sprenger C6, Läufer schlägt D5, Turm schlägt D5 und hier Turm schlägt C4. Ein vorübergehendes Figurenopfer ist eine der vielen Pointen des weißen Spiels. Turm schlägt G5, da sehen wir die Figur, die verschwindet. Jetzt könnte man meinen, warum weiß gewinnt auch seine Figur einfach zurück mit Turm schlägt C6 Schach, wenn die Dame zurückschlüge käme, Dame schlägt G5. Ist aber nicht ganz so einfach, weil hier Schwarz das sehr trickreiche König B7 hat und auf einmal sind sowohl Dame als auch Turm angegriffen und Schwarz gewinnt. Daher ist es wirklich ein längeres vorübergehendes Figurenopfer, sprich das Opfer ist noch nicht vorüber, weil es spielt den besten Zug, Dame nach D4. Warum das der beste Zug ist, fragen Sie das Computerprogramm Ihrer Wahl. Turm schlägt C6, ist nicht gut, Dame E4 ist spielbar, aber auch weniger gut. Also Dame D4 und König nach B8. Verkürzte Version, Dame D4 drohte Dame schlägt A7, König B8 entfesselt sich und verhindert Dame schlägt A7. Nach König B8 ist weiß jetzt allerdings in der Zeit, mit Turm schlägt C6 seine Figur zurückzugewinnen. Dame schlägt C6, kommt nämlich Dame F4 Schach und der Turm wird eingesammelt. Die wunderbare Welt des Computerschachs nach Turm schlägt C6. Schnappt Schwarz sich daher erst einen Bauern auf G3, bevor er den Turm zurückholt. Turm schlägt G3, F schlägt G3, Dame schlägt C6. Und wie von Zauberhand nach all den Verwicklungen haben wir eine Stellung mit ausgeglichenem Material, 4 gegen 4 Bauern. Der weiße Sprenger ist ein bisschen außer Spiel, dafür ist der schwarze König offen und das Theorie-Duell hat gerade erst begonnen. Turm nach D1 bietet diesen Sprenger, der außer Spiel ist, sofort zum Fraß an. Der darf aber nicht genommen werden, weil Dame schlägt A4. Ich glaube, mindestens zu Damengewinn führt nach Dame D8, König B7. Turm D7 müsste Schwarz sich hier bedienen auf D7, um nicht matt gesetzt zu werden. Ist also keine so gute Idee. Stattdessen nach Turm D1 der einzig gute Zug in dieser Stellung ist der Zug Dame nach C7, was das Feld D8 überdeckt. Wir sind immer noch in den Theoriebüchern der führenden Botvinnik-Analytiker unserer Zeit. Auch diese Stellung stand schon häufiger auf dem Brett. Sowohl der Zug B3, der in der Partie gespielt wird, kann man auch wieder sich Gründe dafür überlegen, verankert den Sprenger auf A4, als auch der Zug König nach F1, der aus dieser gefährlichen Diagonale rausgeht, wurden hier beide schon gespielt. Die Schlussfolgerung ist eigentlich immer ähnlich. Schwarz behält sehr gute Remis-Chancen, oder Schwarz behauptet sich, könnte man sagen, muss aber extrem, extrem genau spielen. Tut er das, und im Fernschach wird das natürlich immer getan, wird die Partie Remis ausgehen. B3 wurde gespielt, und nicht überraschenderweise kennt Ahnan auch in dieser Stellung den einzig guten Zug König nach C8. Fragen Sie mich nicht, warum das der einzig gute Zug ist. Es ist relativ schwer, was anderes vorzuschlagen. Naheliegend wäre Turm H5, um diesen Turm ins Spiel zu bringen, aber das scheitert halt noch an Dame D8-Schach. Schlagen auf D8 kommt nicht wirklich in Frage. Turm schlicht D8, und Schwarz verliert den Läufer. Und Dame C8 führt auch zu Schwierigkeiten. Nach dem Zug Turm D7 hat Schwarz sich Ärger eingehandelt. Daher möchte Schwarz all diese Dame D8-Möglichkeiten aus der Stellung nehmen, und genau das tut er mit dem Zug König nach C8. Es ist, wie gesagt, eine Variante, die Computern besser liegt als uns Menschen. Dame E4, auch hier wieder mal der Computerzug. Zwingt den Schwarzen König zum Rückzug, weil Dame A8-Schach droht. König B8 kommt natürlich. Dame D4, Züge werden einmal wiederholt. König C8 und Dame D3. Auch das der kritische Test droht jetzt auf einmal mit Dame A6-Schach. Hier wäre Turm H5 eine Möglichkeit, ist aber riskant, rennt in Dame F3, so ein bisschen mit Doppelangriff, gegen diese beiden Sachen. Stattdessen greift Anand zu Läufer C5-Schach. Auch das hier alles noch wohlbekannt. Leider oder zum Glück, je nachdem, wie man es sehen will. Läufer C5, Springer C5, Dame C5, Schach, König F1 und Dame nach C3. Soweit ist die Forschung in dieser Variante fortgeschritten. Das weiß, der hier nichts Besseres hat, als Dame schlägt C3, B schlägt C3, H4 in dieses Turm in Spiel geht und hier noch gewisse Gewinnchancen oder Hoffnungen hegen kann. Aber der Schwarze, der wohl vorbereitet ist, auch hier schon den richtigen Plan in petto haben wird. Und dieser richtige Plan ist in der Tat der, der von Anand demonstriert wird. Geht los mit E5. Das räumt das Feld E6 für den König. Schwarz ist bereit, diesen Bauern C3 abzugeben, aber dafür möchte er seinen König zentralisieren und diesen Eindringlenk beseitigen. König nach E2. Der Bauer wird freiwillig hier hergegeben, um dem König eben den Weg über die D-Linie zu ebnen. König D7, Turmpflicht C2, König E6. Jetzt steht der König bereit, diesen Bauern zu schlagen. Das macht weiß noch nicht mit, spielt Turm C6, Schach, König nach F5. Weiß hat im Moment einen Bauern mehr. Aber einerseits sind Turmentspiele sehr remisig. Andererseits ist Schwarz sehr aktiv und dritterseits wurde auch diese Stellung in diversen Korrespondenz-Schachpartien schon als Remis befunden. König F3, E4 Schach, König E3 und Schwarz ist aktiv genug, hier mit dem Zug Turm nach B8 sich einen der weißen Bauern zu angeln, wonach nicht mehr viel los ist. Turm C5 Schach, König F6, König schlicht E4, Turm schlicht B3, Turm A5, mittlerweile mit 2 gegen 2 Bauern, nicht mehr besonders interessant. Turm schlicht G3, König F4, Turm G1, Turm schlicht A7 und Remis zwischen Wladimir Kramnik und Vichy Arnand in diesem Turmentspiel. Wie ich bereits erwähnt habe, man kann es von zwei Seiten sehen. Man kann sagen, das war ein spannender Schlagabtausch, was da alles auf dem Brett an taktischen Möglichkeiten in der Luft lag. Man konnte ja auch nur anreißen in diesem Video, eine der kompliziertesten Varianten überhaupt. Man kann auch sagen, selbst für die Schlussstellung gibt es noch 4, 5 Fernschachpartien und das war alles wohl bekannt. Ich habe es zum Beispiel mal verglichen mit meiner eigenen Datei, die den schönen Namen Botvinnik Night B8 Stuff trägt und ich zeige euch das nicht, um groß angeben zu wollen, sondern einfach um zu zeigen, das ist alles ziemlich wohl bekannt. Soweit steht es auch in meiner eigenen Analyse-Datenbank, wo hier Turm A5 die Abweichung war von meinen Analysen, die mit König F4 weitergehen, was natürlich auch Kremier ist. Sprich, diese Stellung ist bekannt und mit der haben sich auch schon viele Großmeister beschäftigt. Es ist eher dann nur noch ein Wettbewerb. Kann ich das alles aus dem Kopf abrufen am heutigen Tage? Man weiß es nicht. Ich glaube, eine spannendere Partie hätten wir gekriegt, wenn Kramnik zum Beispiel den Zug gewählt hätte, den er gegen Anish Giri gespielt hat, den Zug fünftens G3 oder auch, ich springe hier ein bisschen her und her, den Zug viertens E4 an dieser Stelle, der zu sehr, sehr scharfem Spiel aufführt, was aber noch nicht so glatt ausanalysiert ist, soweit ich weiß jedenfalls. Wer weiß, was diese Jungs noch alles wissen. Wie dem auch sei, das war das sehr, sehr hochgerüstete Kramnik gegen Arnand, ein Remis für die beiden Ex-Weltmeister in der ersten Runde von London Chess. Es geht jeden Tag weiter, fünf Runden sind es nur, mit sechs Weltklassespielern. Es bleibt spannend. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Spielt bot wenig, Leute. Man muss sehr, sehr viel ausfällig lernen, aber dann hat man das Remis mit Schwarz in der Hand. Dankeschön. Tschüss.